Es war also eine Falle. Aber warum? Nur nicht so naiv. Sie haben viele Feinde. Welche davon schickt Sie? Ein heimlicher Verehrer? Wie schmeichelhaft. Ich bin beeindruckt, dass Sie es so weit geschafft haben. Tut mir leid. Der Krieg. Der Krieg. Der Krieg. Der Krieg. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.